Schwimmen, Radfahren, Laufen. Der Triathlon an historischer Wirkungsstätte, dem Olympiapark. Hier, wo 1936 olympische Spiele stattfanden, begann auch die Geschichte von Jugendtrainiert. 1968 gab es hier nämlich das erste Mal JTFO-Schwimmen und Leichtathletik. Ja, das ist natürlich was sehr Besonderes auch in Erinnerung. Ich meine, das ist ja jetzt schon fast 80 Jahre alt, dieser Olympiapark. Und dann geht man halt auch manchmal so in sich und versucht sich halt vorzustellen, wie das damals war und was die Sportler da und wie die da gefiebert haben. Also schon was Besonderes, wenn man sich vorstellt, wer hier schon alles geschwommen ist. Ja, und das ist schon, also erlebt man nicht oft. Triathlon, zum zweiten Mal erst bei JTFO, ist eigentlich eine Individualsportart. 200 Meter Schwimmen, drei Kilometer Rad und ein Kilometer Laufen. Hier werden die Kräfte jedoch gebündelt und gemeinsam im Team für den Sieg gekämpft. Ich finde das besser, weil, also man hat ja erstens auch noch ein bisschen Zeit zwischendurch, aber auch, weil man einfach mehr Zusammenhalt hat und ja. Also ich finde es gut, wir sind alle befreundet, wir kennen uns alle aus der Schule und wir haben einen guten Teamgeist. Die Teammitglieder kommen da manchmal nicht nur aus einem Bundesland. Daniel und Christina kommen sogar aus einer Familie. Die beiden Geschwister starten gemeinsam für Hessen. Ich freue mich auch für sie, also ich war ja letztes Jahr schon dabei und sie ist jetzt aber das erste Mal. Und ich freue mich natürlich auch für sie, dass sie jetzt auch das Glück hat, dabei sein zu dürfen. Der Triathlon bei Jugend trainiert. Ein Teamwettbewerb, der sich in seiner Junggeschichte bei JTFO an historischer Wirkungsstätte präsentiert wie ein alter Haas.